Hallo meine Freunde und es geht weiter mit Let's Play Toom Raider und fuck sieht das geil aus. Ich war schon bereit schafft D zu drücken. Unter der Brücke bist du... Alter, was für Drogen hast du genommen? Die will ich auch nehmen. Alter, ist der irgendwie auf LSD oder so? Warum nicht einfach die Typen erschießen und weitergehen? Machen wir in Call of Duty auch so? Meine Fresse. So, ich laufe mal ein bisschen langsamer. Oh. Es geht los. Gib dein Bestes. Qua. Qua. Alter, wo lang? Da lang. Hä? Ich hab gar nichts gemacht. Die ist von selbst gesprungen. Jetzt mal ohne Witz. Ich schwör. Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Das ist mein Ernst jetzt? Die ist selber gesprungen. Der Teufel ist auch genug. Glaubst du, sie haben die Outsiderin? Keine Sorge. Falls nicht, kommt sie direkt zu uns. Vater Matthäus schickt uns zu den Unis, wenn wir sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Was? Okay, jetzt aber nochmal. So. Hier stellt sie sich hin. Bist du okay? Das war echt knapp. Halt! Nicht bewegen! Sie sehen dich! Sarah, pass auf! Sarah, pass auf! Sarah! Water! Ich hätte glaube ich ihn doch auf Roth hören sollen. Aber komm ey, der hat einen Scharfschütze. Bei COD mach ich zack, zack, zack. Und dann sind die weg. Halt! Ich sehe ihn nicht! Feuer! Halt! Feuer! Halt! Nicht bewegen! Sie sehen dich! Halt! 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 Warte! Hab ihn fast! Jawoll! Halt! Warte! 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 Lara, der Weg müsste frei sein. Wüsste oder ist? Danke für die Deckung. Ich denke damit sind wir fit. Lara, pass auf! Nein! Ah! Ah! Sie sind gestürzt! Ob sie tot ist? Weiß nicht! Sie sehen dich! Weiß nicht! Lara, es ist zu viele! Verschütte oder laut! Woh lang? Waaah! Okay, okay! Lauf, 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 lauf! Ja! Nein! Ich hasse das, wenn man so ganz knapp an dem jeweiligen Ziel vorbeispringt. Agro! Oh! Och komm! Jetzt wird es langsam sche... Ich hasse... Fail! Anders kann man es nicht sagen. So, komm! Jetzt aber mit Konzentration. Mal. Mann, geht doch. Puh. Ja. Oh ne, hier sind wieder Knochen. Ganz ruhig. Gut. Ach, ich mag Lara irgendwie. Kaverneneingang. Retten Sie die Gefangene, der Crew der Endurance. Ja, hört sich so leicht an, aber ich glaube, das wird ganz, ganz, ganz groß das Gegenteil sein. So, mal den Bogen ausrüsten. Meine Brüder, hört mich an. Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier, hier sind wir die Solari. Die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr seht euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr holt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnten der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Kimiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Spreng jetzt zu uns. Was? Was? Sorry, das tut mir leid. Jetzt hat er irgendwie die... Äh! Alter! Freigeschaltet Hauptmenü Extras. Ich würde jetzt gerne zurück ans Hauptmenü und euch das zeigen. Das mache ich auch gerade. Er hat ja gespeichert. Ich will euch diese Filmsequenz zeigen. Das war jetzt ein bisschen scheiße von mir. Tut mir leid. Wieso habe ich... Ich habe nur noch gesehen, Leertaste drücken. Aber habe das weiter dafür nicht gelesen. Also ich habe einfach gedacht, ja, hm. Drückst du mal, weißt du, vielleicht passiert was. Ich habe damit gedacht, ich tue die anderen aufschalten. Mann, 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 Mann. Konzeptdesign wird wirkende Charaktermodelle. Geil der Regel. Nein. Nein. Genau. Fuck. Noch nicht freigeschaltet. Mist. Mann, ey, das ärgert mich jetzt. So, ich hoffe mal, wir sind jetzt nicht irgendwo am Arsch der Welt. Vielleicht zeigt er uns doch noch die... Ähm, ja. Sequenz, aber ich glaube es nicht. Mann, ey, warum habe ich auf weiter gedrückt? Ich bin so voll... Ne, schade. Aber ich zeige die euch nochmal am Ende des Spiels, wenn wir das irgendwann durch haben. Egal, zurück zum Spiel. Alter, wo sind wir denn bitte hier runtergesprungen? Lara, bitte. Das sieht so krass einfach aus. Dreh dich mal... Hm, ins Licht. Alter, das ist schlimmer als Halloween. Das geht nicht. Ich bin echt gespannt, was beim nächsten Tomb Raider rauskommen soll. Geothermale Kaverne. Einfach... Oh. Hier riecht's... Ich glaube, das riecht ein bisschen nach Giftgas. Und so wie Lara hustet, ja. Ich brauche irgendwas, um das Gas zu entzünden. Wie das da? Boah. Ach, Lager. Gut. Wahre Worte, Lara. Wahre Worte. Ach, den haben wir schon komplett ausgerüstet. Gut, gibt nichts mehr. Laras Tagebücher, 6 von 10. Galerie freigeschaltet. Auf Menü Extras. Ja, das wäre nur am Ende nochmal durchgehen. Mich ärgert das gerade mit der 1 Film Sequenz. Alter, hier darf man jetzt kein Feuerzeug benutzen. Krass, die essen den. Krass, Alter. Krass. Hey, ich habe keine... Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Da vorne sind welche. Oh, ja. Oh, ja. Alter, mach das scheiß Feuer aus. Nichts wie weg. Bergungsgut haben wir ja auch noch. Ich gucke mich nochmal hier ein bisschen um. Wo ist er? Wo ist er? Sie findet ihn nicht. Er versteckt sich. Er versteckt sich. Wer redet da so? Nein. Tschüss. Ja, das passiert halt, wenn man brennenden Gas reinläuft. Also nicht nachmachen. Also nicht nachmachen. So, egal, komm. Bevor uns die Pfeile ausgehen, tue ich jetzt mal das Ding da in die Luft jagen. Okay. Was ist, wenn die Unheiligen rausfinden, wie man die Scheiße anzündet? Scheiße. Okay, okay. Habt ihr es gehört? Ich seh mal nach. Hilfe! Ich glaube, ich habe F gedrückt, aber ich bin mir nicht sicher. Oh man, ich glaube, das war keine gute Idee. Huah! Jawoll! Halt deine Mutter! Huah! Na, Kampf-Style! Unter Druck. Was geht bei mir? Oh, Überlänge hat die Folge. Geil! Aufnahmepause! So, nun gut. Also dann, bis morgen. So, hallo nochmal. Und ja, danke, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kritik und so weiter immer erwünscht. Jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Du klickst auf YouTube und du kommst auf meinen YouTube-Channel, um dir weitere Videos anzugucken. Oder auf Twitter, dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite. Und das gleiche auch mit Facebook. Ja, auf Twitter wird auch noch jeden Tag eine Folge veröffentlicht. Also es wird eine Meldung geben. Das Video ist jetzt online. Und wenn du bei Twitter zufällig bist, kannst du auf Follow klicken. Und dann verpasst du auch kein einziges Video, wenn ich welche hochlade. Oder halt ein Abo bei YouTube, dann verpasst du natürlich auch nichts. Und bei Facebook... Facebook ist zum größten Teil da, um einfach nur zu sagen, ja, hier sind wichtige Infos oder sowas, ne? Ja. Und halt rechts unten, Profit, so heiße ich, nicht verwechselt, ne? Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Video oder was auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.